da haben wir mal einen neuen part starten und bei los geht es drei ich komme von der seite wird und da wird gespielt spielen wir mit real world und sofern kämpfer hier wenn ich haben okay wir kämpfen erst mal auf der richtigen zeit und danach töten wir die anderen wir töten die komponenare sowieso dann jeden und okay das ist ein goblins dran Um reinzukommen, müssen wir uns hier erstmal... Müssen wir hier erstmal gut tun... Die Tieflinge müssen wir uns gut stellen, wenn das Tor aufgeht... Sonst wird es schwierig... Nicht unwirklich, aber schwieriger... Hm, jetzt ist sie blockiert... Magical Missiles probieren... Vergiss immer, dass man die auch... Oh, wir sind Magic Missiles jetzt auch aufteilen können... Hm, hm... 1 bis 6 Energie schaden... Wie können wir jetzt schon noch bringen... Ich meine... Obwohl... Den Team zu haben, das wir in Lager zu haben... Gegen den Taren kämpfen... Aus Versichenden dann greifen... Okay, das lassen wir mal bleiben... Und hier schlafen wir zurück... Ich werde alle letzten von Ihnen... Ich werde alle von Ihnen... Entschuldigung! Und wenn der jetzt schon Feuerball und sowas hätte, dann könnten wir das ganze... Könnten wir hier schon aus Versehen mal den Freunden treffen. Torment! Torment! Das war der letzte von ihnen! Insofern! Alle von euch! Mehr, die folgen! Öffnet die Gäste! Das ist so. Schon jetzt hatten wir ein Verwerb. Und die anderen noch nicht. Ein bisschen Geld mitnehmen. Ja, nicht aufheben. Eine Schriftrolle. Das Zeug brauchen wir nicht. Bevor das können wir nicht verkaufen. Wenn wir drin sind. Handschuhe der Macht, die sind nicht schlecht. Verderben der absoluten Beine im Nahkampftreffer bewirbst du möglicherweise ein Malus von minus 1 T4 auf den Angriff von Rettungswürfen. Das ziehe es. Das dient doch gut. Das nehme ich. Schattenherz, die ist nicht falsch. Die sind nicht gut. Die sind nicht gut. Ja. Die sind nicht gut. Die sind nicht gut. Aber es wird wohl ganz gut. Das ist schon ganz gut. Schattenherzig. Zauber vorbereiten, schwache Genesung, Gebet der Heilung, auch nicht schlecht. Versägen und das Denken im Schoss, Erlichtung ist eigentlich auch genial. Ja, Umfeindungen gegen 5 bis 9, ja, ne, das... Mit so einem besämpftigen Personen festhalten, spirituelle Waffe. Das brauchen wir leider so. Bisher haben wir es noch nicht gebraucht, aber es kommt noch. Wir wussten uns schlechter als die, die sie hat. Ich bin gut. Ich bin gut. Es gibt Kinder hier, du Scheiße! Wir waren für unsere Leben. Du hast sie direkt an uns, und du hast sie auch den Druid? Unglaublich! Obwohl ein Goblin ist, sind auch 10. Ich verschwinde bevor die Horde anrückt. Ein Kampf vorbei und ihr zettelt den nächsten an. Erspannt euch. Drüben, diese Goblins machen keinen Neugefangener. Ihr dürft der Zeit meine Bezahlung raus rücken. Juryka erzählt die Sache Jungs. Er erklärt die Sache Jungs. Oder wollt ihr noch einen Penner rumf... Nur wie ein Penner rumfuchen? Stoffe deine Bezahlung. Ich habe nicht gefragt, ob du eine gebrauchliche Hilfe hast. Bitte. Du weigst mich, die Garten zu öffnen. Alles, um dich zu retten. Du verdammte! Kampf. Der Menschliche Augen schlägt. Er ist kurz zu blöden. Das ist 20. Schnell, die es ist wirklich. Das ist echt das, glaube ich. Die Goblins haben uns geplant. Die Beesten werden zurück. Wir müssen sofort zurückgehen. Sie können sofort wegziehen. Ja, da haben wir die ab. Ich könnte noch welche verpassen. Schade. Noch können wir nicht alle beschlachten, erst einmal müssen wir handeln. Kinder können wir wirklich am Leben lassen. Respektlich? Schau. Mach die mir zum Feind. Oh nein. Da habe ich alle im Nage gegen mich. Oder auch nicht. Schade. 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 Schade Er ist abgeruhen, oder was? Da haben wir ihn getötetet Einen Tag, werde ich einen Freude finden Schwiegen im Gelände für alle anderen Da haben wir ihn noch irgendwie zu krass vorbei Ah, mal Zerfloat Hätten wir später gebrauchen können Tja, jetzt ist er weg Hey, siebst Ich bin Fury, ich bin Todes Ich bin Todes Das ist missglückt. Ich glaube jetzt haben wir Feind hier im Lager. Da können wir alles verkaufen. Stolz des Höllenreiters. Helmschutz. Wenn du eine andere Kehrtour heilst. Jetzt die Resistenz gegen Wucht und Stichschaden. Das ist was für Schatten. Jetzt muss ich mal shoppen gehen. Wenn ich noch darf. Wenn ich instantan angegriffen werde. Ich werde gerade speichern hier. Machen wir uns jetzt ein bisschen zu spät. Das ist ein bisschen zu spät. Okay der hat vielleicht etwas tolles. Ich kann vielleicht tauschen. Wassergrafke und Brot. Das brauchen wir noch. Jetzt sind Schmutz hier. Dann können wir mich noch behalten. Wassergrafke und Brot. Erst zurück hier. Die Feder. Das muss ich durchaus darum geben. Die Bücher. Die Angst breite ich mir noch. Da kommen den Waffen. Die Fernkampfssachen gleich mal. Braucht vielleicht einer aus dem Team noch. So. Braucht keiner. Gebrästete Rüstung. Wir müssen eins auf Schicklichkeitsrhythmusrufe. Können wir erstmal nehmen. Handschuhe des Geschossflanks. Unbedingt. Rote Kerl, rote Herrmittel. Iranschrot. Ein Drachenangriff. Drachenangriff. super lieb das wird uns hier noch irgendwann sowas tun Und dieser hat glaube ich schon was Besseres, Medehelm für Game, das geht nicht, irgendwie gut von abgelehnt, schade, Truhe noch dazu, das ist wundert zu wenig, mit den Kurzbruch noch mit dazu, oder beide, werden schon noch was finden, Schuppenpanzerrüstung, die werden doch was wert sein, soviel habe ich noch gar nicht, kann der in der Kante schon, die beiden sagen, kann der auch schon, 95 zu wenig Lederhandschuhe, die habe ich an. Das Gift wird später noch Neues, hm, muss ich mich wirklich blank machen. Wir haben noch irgendwas, wofür wir das da, das Ammonit mit Toten sprechen, naja, wenn wir den Ehe, dreht es uns zu wenig. Stabelt hängt nun mal nicht. Stabelt hängt nun mal nicht. Ich sage das. Ich sage das. Silvanus, guide deinen Weg. Ich kann nun mal anlegen. Venditenschlüssel, Stehrausschlüssel, Gründerschlüssel, wird es auch nicht gesagt, wofür die sind. Geschoss von Gansima erstmal haben, dass meine Kleidung gut färben. Sehr schön. Fehlrüstung. 13. 15. Na. Ich habe mich bereit. Ich bin bereit, was alles braucht. 13, 13. Gleichgewicht überheißt den Bonus vom Purs 1 für Gleichgewicht? Auch der Waffe nicht mehr. Mehr Rüstung für Schat. Äh. Schat gehört es. Das passiert immer noch. Ist das Blut? Nein. Nein. Was ist denn das? Bei mir wahrscheinlich schon. Schönes Inventar sortieren. Später werden wir es wollen. Was ist denn das? Ich brauche ein kurzes Wort. Pels, wir können nicht einfach gehen. Der Kinn! Ich werde nicht über unsere Leben, unsere Zukunft, über Menschen, die so gut wie tot sind. Wir müssen für Baldur's Gate, auf einmal. Können wir alle einfach nur einen Moment nehmen? Kann ich auch beginnen? Wenn wir sie nicht benutzen, sollten wir bleiben. Diese Leute sind nicht Kampfers. Wir können helfen. Oh, schreit ruhiger. Das ist auch gut. Okay. Ich glaube, es ist etwas für Feindlinge. Nicht sagen, verschwinden lieber von hier. Die kommen und kommen wieder. Überzeugen, dass ihr alle bleiben. Jeder Einzelne Kinn kann den Unterschied ausmachen. Ich glaube, es ist etwas für Feindlinge. Wir kommen. Wie soll ich? Probe sie dann falsch, wenn du denkst du, dass du das kannst. Zuck. Okay. Wir bleiben. Wenn wir überleben, wird es für eine gute Geschichte machen. Ich glaube ich. Danke, Rowan. Wenn ihr überleben wollt. Ich bin hier. Wir sollten jetzt verlassen haben. Verdammt! Wir sitzen hier einfach praktisch, um zu attacken zu werden. Bleiben ist ein Fehler. Definitiv. Ich bin hier. Den Aufblick und Seid Feige. Seid allein, warum noch warten. und habt ihr es so ähnlich du hast richtige tieflinge gebrauchen hilfe ihr könnt jetzt unterwegs zu Tode kommen und seid hier immer so selbstsüchtig wartet warum wird hier so dringend in die stadt oh ja der zauberer den ich kenne ich da aus dem kurigen Mann gute idee mächtige Leute zu kennen kann nicht schaden wartet ich bin bei diesem wir müssen gehen wir haben ein noch dringendes problem schon vergessen das ist Der funktioniert. Diese seltsame Ochser nur tiefer gehen Ochser macht dich nervös Der beste Grund dafür herauszufinden Das ist ein richtiges Tier Scheiße, nicht zu sehen Intelligenzwirfel, oh Gott Ich habe Angst vor Intelligenzwirfel Schaffst du dann trotzdem Minus eins plus eins Nein Ach was Das ist eine gute Idee Das kann man auch aufhören Es ist ein wenig zu sehen Ich habe Angst vor uns Ich habe Angst vor uns Oh, uh, genau. Uh, go for the heart. Geh, gib mir einen besten Schuss. Nicht schlecht. Wieder. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. Hello. Can I talk to you briefly? The Bursha Hatofen is a hopeless fight. I spend your time with your time. Good ass. I hope you do this in my heart. I can't see you. Ignore her, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The Blade of Frontiers at your... The man's smile bends downward. And his thoughts become yours. You are the Blade of Frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead. A diabolical figure. Red skin. Single curled horn. Blazes with flame. Bloodied great axe held high. Hell's great fires. You are on the ship. Tief in his mind. But these women are in their thoughts. There is still someone coming. The women, thank you. I need your friend. Yes. And we are both from parasites. You see the Fiend again. An ignite with Will's rank. She is an infernal warrior. A threat to the living. Evil. Incarnate. Shit! You saw her? Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. Her name is Karlak. An archdevil soldier. I swore my good eye to you. If I set you on this one, I'm going down. I tracked her through the hells to the mindflayer ship. But the damned Eliphids infected me before I could end up. She's out there now. Praying on the innocent. I don't kill her. She's behind nothing but a trail of corpses. An excellent suggestion. With your parties fall off. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. A splendid plan. We'll talk more about it. I saw you at the gates. You fight well. A few words for the kids. Spare a story or two. No one, no one's. I've ever checked the A good news for the kids. You will die. You're strong and you're eating your sleep. In trust to defeat them. The war. The war against blood is said to die. There are still children. Why are you why are afraid to fight? Good job. Jetzt sind sie noch mehr Angst. Okay. Schritt! Harry! Scheiße! Es ist einfach nicht zu landen. Es ist einfach nicht zu landen. Du hast einen besseren Weg? Denn ich bin alles in. Wir müssen bereit sein für eine Kampf. Aber ich bin nicht mit dem Schlag. Versuch das Ziel zu treffen. Athletisch ein Schlaf demonstrieren und ihm zeigen, was ihm an Wissigkeit in einem Bewegung geht. Gedanken waren nicht nur seine Gedanken lesen, normal verschwinden wir jetzt so nicht auf den Gedanken richtigen gegen das Ziel. Was denkst du, ich mache? Brace? Parry? Schlaf! Ach! 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 Ich werde immer noch trainieren. Du bist falsch. Ich werde nicht getötet werden. Nicht durch die dumm Schlaf! Nicht durch jemanden! Wir werden es unbedingt mit dem veter οBать holen. Wir warten aber noch bei mir an den Ouraviour hinein! Die Edelma! ich habe nichts mehr zum verkaufen aber ok verrüstung haben wir schon ein kittenhemd 260 und dafür ein drehzack davon waren immer nichts brauchen kriegen kann zur ausdauern welche viele seien Ja, eigentlich nichts. Dreizeit wäre was für ein Deserben. 110. Das klingt umgebenlich zusammen. Jetzt kommen wir später wieder. Süd könnte auch noch gut werden. Für Schattenjärz. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Genau. Das ist ein Wettbewerb. Das war wohl noch nicht. Wenn ihr nicht habt... Ach, wohnen. Das macht mir schon. Ja, ja. Vorzuge gerösteten Zwerg, nicht mehr an köstlichen Zwerg denken, sondern die Schüsse nehmen, ich habe keinen Hunger, was ist das genau, graue Schleim, ich glaube so etwas habe ich früher gegessen, als ich verzweifelt war. Nicht schlimmer als das, was ihr gerade durchmacht, ist als von dem Weltraum. Das bedeutet nicht, dass es hinter uns ist, hat es? Hier, noch mehr. Wir brauchen alle etwas Kraft, um es zu Boulders Gate zu machen. Verpasst mir. Oh, das schmeckt nicht schlecht. Ah, wenn es nicht die Kemp war. Danke schön, du kamst, wenn du... Oh. Du schützt etwas Fierce, Liebe. Und deine Augen... Du schaust, als ob du nicht weißt, was der Worte schlauert. Auntie Etel wird dich herausfinden. Ich habe Lötungen und Potionen galore. Ich leide in letzter Zeit an pochenden Kopfschmerzen. Seid ihr eine Alchemistin und dich im Saison lassen. Ich möchte nur handeln. Nicht nötig mehr, geht es so gut wirklich. Es geht euch nichts an, mir geht es gut. War nur ein knochenhalter Tag. Ging es schon besser, schwer zu erklären. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Das ist ja das Problem. Das Problem. Trinkt die Unsinnbarkeit. Oh je, die brauchen wir. Du kostest kein Geld. Du kostest kein Geld. Du kostest kein Geld, wenn Ihnen' parast. Du kostest kein Geld. Du kostest leust. D RH tract, ihr kostet leust taped Azul ist. ... und die Mitteln! Nur zu verkaufen gebrauchen. Willst du noch weit mit den Marien? Sie können sie nicht in der Baldur-Gate geben. Aber Katze? Ein kleines orange Katze. Und ein Haus mit einer kleinen Tür, damit sie kommen und gehen kann, wie es liefst. Und ein hoher Fenster, um die Eavesdropperen zu halten. Wenn das ist, was wir gefordert haben, dann nehmen wir es. Und alle haben zu beginnen. Optimisum, mein Freund. Try it out. Surely destined for the slaughter. What would be more perfect than to die by your love's side? And no, love was not enough. Hmm. I'll talk to the guards. I suppose we'll start in the outer city. Get a little business going. Your spiced tea is life-changing. And I can bake up almond cakes, 20 at a time. How much zurzeit kann, wenn ihremiht? hinten Object 3 destroys 息 nicht Mist. Ich werde euch nicht reden. Ich kämpfe nicht gegen alle. Das ist so ein Mist. Lass mich doch nicht verhaften. Das Problem, das tut, bevor ich... Das käme es tut, bevor ich hier überhaupt wo ich hinbekommen bin. Wie komme ich bis nach Beirut's Gate? So viel zu dem Thema. Jetzt können wir das mal probieren. So viel zu dem Thema. 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 Das ist eine Einstellige. So viel zu dem Thema. Ist das gut? Ist das gar nicht so gut. Zeit um zu streichen! Jetzt bin ich glücklich, dass ich das ganze Lager bin. Ach, der Mann! Verdammt! Ja, dann ist das mit Karla wohl geklärt. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich kann nicht spielen und enttämmen, dann wird das schwierig. Mist! Ich bin ein auf dem Weg. Ich bin ein auf dem Weg. Ich bin ein auf dem Weg. Schade, da geht Daemon hin. Wie viele wir jetzt schon verloren haben. Zefnor, Daemon. Das ist der da Blotschmann. Mit wichtigen Charakteren, ja. Gerade schon. Wir bauen uns da wichtige Teile in der späteren Geschichte. Es wird wahrscheinlich noch andere Sachen geben. Nicht, dass wir dann in Akt 2 ankommen und... Tja, keine Story mehr. Dreh dich mal einen langen Rast oder wenigstens eine kurze. Resistenz. Wir müssen, dass wir die Kräfte nachdenken. Hm, ein Fehlschlag. Wir müssen wirklich noch gegen das ganze Lager kämpfen. Gernchen und Efe greift nicht an. Block nicht. Da haben wir hier gleich die Hexer, Hexen-Boss-Fight. Untote vertreiben. Abbildbeschwörung. Geht es nicht so, da haben wir. Geht es nicht so, da haben wir. Oh, ja. das ganze spiel wird im kampf sein wir müssen einen Weg nach vorne finden Die sprühende Farben. Es ist nicht so, dass die Flings nichts draufhören. Die Messen-Space-Lots sind schon verbraucht. Ja, ein bisschen Heilung von der See. Kann ich nicht schießen? Ah doch, kann ich. Sehr schön. Space-Lots habe ich auch keine mehr. Ja, das ist Blut. Ich bin die Flings-Lots. Ich stehe da aber ungünstig. Oha. Sorry. Wir haben das ganze Ding da gegen uns. Das war vorauszusehen. Ich hätte vorher meine kurze oder lange Rast machen sollen. Ich bin viel stark. Ich massive Fan Woman zu schieben. Ich bin viel alt, nicht. Ich habe mich seit kurzem Ferreus. Ja, ich war doch auch. Ich habe mich seit kurzem. Dann habe ich die Bedeutungen, ich habe mich seit kurzem. Ich bin mir in derбранge, die ich sogar in der�ste Zeit zurückgeleid. Ich habe mich ganz schön. Danke. Das sollten wir mal nutzen langsam. In Stufe 3 ist das noch nicht so gut mit dem... Gehen wir schon mal in die Richtung weiter von dem nächsten. Keine Ahnung, kein Pferdkampf. Wir haben nur eine Kiste... Wir haben nur einen Fass zerstört. Nicht so gut, jetzt raus. Ich bin dran. Wieso ein Mist? Kannst du jemanden an Reichweite? Das sieht nicht so aus. Ich bin dran. Auf der Kiste. Ach so aus. Guess nicht, bitte. Das ist nicht so gut. Der Kiste. Der Kiste und die Kiste sind. Dann bauen wir von unten. einer noch gerade aktuell drauf auf die Liste. Da müssen sie sich aber dann wahrscheinlich anrufen. Wir sind jetzt hier oben. Ich dachte mir... Der erste Hotspotskampf. Der erste Hotspotskampf. Für den wahres Nachkampf kämpfen können. Das war Barastas in seinem Blut. Ich sag nicht, ich muss gleich gegen die Kinder kämpfen. Der Weg ist unterbrochen. Dann mach dich mal auf den Weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Das ist wahr. Du hast es verpasst. Lass sie ihre Demis. Gehen zu sie. Wegt runter. Nicht gegen Bewegungsrater. Mist. Ich komme von der falschen Richtung. Ach, hier ist jemand. Ich habe einen Martin-Mail-Ruban. Ich habe einen Martin-Mail-Ruban. Das war nicht ganz so gut. Jetzt stehe ich direkt davor. Gut für mich. Wir müssen nämlich das Camp ausrotten. Bevor der Kampf zu Ende ist. Der effektivste Anblick auf den ich noch habe. Mit ihm. Geht in die Presse. Geh mal der Robo. Die Kinder werden wir auch nicht zum Freund haben, aber... Gut. Wir sehen hier. Ich habe eine Bewegungsrater. Na gut. Wundervoll. Geht in die PSLich? Gott sei Dank! Nächster Begriff. Na wie geht es euch? Du denkst, wir sind nicht hart genug, zu defendern? Ich bin seit Tagen trainiert. Wir haben da noch was auf unserer Seite bekommen, was wir verkaufen. Wir verkaufen was an E-Fail. Brief von Notan. Wir haben hier. Wir haben hier. Wir haben hier. Wir haben hier. Was ist der Mann denn schönes dabei? Schöne Rüstung. Nicht schon wieder. Ist es nur der eine oder? Sind alle schon fast tot. Wo ist er denn? Er ist nur weg hier. So. Willst du was handeln? Ich habe ein paar Sachen. Zwei und extra. Das Großstadt-Weitrichtung. Kampfstab. Wieder Rüstung. Wer braucht das? Der Trink. Ich habe auch Suppen gebrauchen. Das war es zu wenig. Der Kettenpanzer wird mir noch verkauft. Der Kettenpanzer hat. Der Kettenpanzer hat. Der Kettenpanzer hat. Der Kettenpanzer hat. Dann haben wir uns ganz schön durchgekämpft hier. können wir das hier nochmal schnell machen ne warte bevor wir da reingehen und die nächste kämpfen jetzt sieht man die Armbrust man fährt schon einen Bogen richtig eine Armbrust ein Großschwert wenn die Pflicht gebrauchen dann geht der Bogen auf den Phantom Puffer dann geht der Bogen auf den Phantom Puffer das blödsinn sie braucht eine wir müssen weiter gehen wir müssen weiter gehen wir müssen weiter gehen nee wir könnten ein bisschen Rüstung gebrauchen ungelübt mit Rüstung ja gut eine leichte Rüstung für den ein 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 Ah, Rony. Das Kind schlägt zwischen den Rücken. Du schaust die Rücken, aber find keinen Weg durch. So, ich befürchte die Partlinge ist aber erreicht, wenn wir uns hier durchs Tieflingslage kämpft. Im nächsten Part wollen wir mal reden, weil wir hier noch einschlachten müssen, um hier weiter zu kommen. Die Droiden vielleicht. Die Kinder konnten wir besser am Leben lassen, wenigstens ist das. Na dann, bis zum nächsten Part. Ich glaube, ich kann mir mal eine lange Entraste. Aber ich werde nicht mit dir sein. Der Tampal schlägt, als du die Wille in deinem Kopf hörst. Gott sei Dank und dass du deine Reise wahrnimmst. Ich glaube, und ich werde die Leise verlassen. Ja, so viel zu will. Und ich könnte es nicht klingen. Die ganzen Tja Ich habe jemanden gebetet Ich habe jemanden gebetet comes with the territory unfortunately memory loss is then again okay seromorphosis takes place all trace of your former self let I am there in that paint enough of a picture I don't know if we don't do anything that was uncalled for Der Sprech mitgehe! Der Sprech mitgehe! Der Sprech mitgehe! Der Sprech mitgehe! Ja, der Sprech mitgehe! Aber nicht so wie mein Korzer! Der Sprech mitgehe! Wir gehen zum Westen! Wir können noch nicht sehen, dass der Sprech mitgehe! Many ein guter Krieger schwebt das Blut in der Luft! Es gibt keine Schmerz und eine kaprische Mörder, jetzt und wieder. Es gibt zu viele, aber! Und Sie verlieren Energie und schwebt Ihre Waffe! Meine Suggestion! Atme mit dem Sinn und schwebt Ihre Schmerzen! Und wenn der Sprech mitgehe! Wenn der Sprech mitgehe! Dann... Ich bin sicher, dass wir dir einen Goblin oder zwei finden können. Der Sprech mitgehe! Die Sprech mitgehe! Die Sprech mitgehe! Ich glaube, dass ich deinem ersten Mal bin! Wir werden noch finden! Natürlich nicht! Du bist nicht so wichtig! Sie sind vielleicht nicht... Sie sind nicht nur der Zahnt... Die große, ginschische Nose, sehen Sie als Fehler. Es war ein Apostel... Ich glaube nicht. Ich will nicht lange für das. Ich bin Mord! Es ist安ger Projekt, dass wir ein Krech mitgehe! Du... Du... Ja... Du... Du... Du bist ja ... Du bist ja... Du bist ja so... Du bist ja ... Sie müssen finden, unsere erste Symptome. Sie müssen sich auch lange, Sie müssen die erste Sache beginn. Das ist wirklich... Das ist was... Du bist... Dann gehen wir mal schlafen, nur Zeit ins Pott zu wenden. Lange Rast. Ich bin in deinem Lager im Gesprächsbedarf. Ach, okay. Ich bin in deinem Lager. Wer? Was macht dich daran denken? Ah, ja. Tag 1, Tag 2, Tag 3. Ich muss weitergehen. Tag 4, Tag 4. Ich nehme, dass du die Bildung bekommst. Tag 7, Tag 7. Ein Mindflayer ist geboren. Kommt zur Sache. Mein Punkt. Ein Experte wird agree. Das ist... Abner. Oh. Prank. Something to sleep. Ich kann ihn besser gehen. Ach. Bei dir. Ein Mordgespräch. gedaufe noch mal Wie kann ich mir helfen? Ich habe schon gehört Knives? Poison? Strangulation? Whatever you'd prefer. Well, now I've watched urchins freeze to death in the street. It looks... Just like falling asleep. We need a good... Well, I'm getting ahead of myself. This is all a worst case... Now, let's... We have all... No, we haven't yet. The shadow is still... The voice on the ship told me, I became a beautiful weapon. Alright. Now we've all crashed. Oh jee. The place doesn't end anymore. Now, where is he going? Yeah. I have to go back there. I think it's too late. Ah, here. Yeah. We meet again. I shall be here in my camp. For whenever thou hast need... There are many answers to that question. None are important. Correct. No. A mentor... You should ask... Or any of thy uncontrollable... I will... Because... It is my calling... A matter... Of coin... Then... I shall wait here... Patiently... Until... The topic now we've fixed up. ... die Dinge zu diskutieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020